Für mehr Lebensqualität, Villa Gaza, euer Vermarkter von Wohnungen hier, mein Name ist Markus Gerber. Vom Balkon aus seht ihr auf dieser beruhigenden Prienzersee. Dort braucht ihr ein Büro oder ein Gästezimmer nötig. Der Pastelraum ist bereits isoliert, hat eine Heizung und ein grosses Fenster. Ihr könnt also mit wenig Aufwand einen weiteren Wohnraum schaffen. Das Haus wird innen neu gestrichert, ein Parkett abgeschliffen und versiegelt und in der Küche haben wir sogar einen neuen Kühlschrank und Geschirrspüle gerechnet. Die Liegenschaft kann auch als zweitwohnsinn genutzt werden und das ist für die Zukunft sicher auch ein Mehrwert. Wir haben Fragen oder wünschen eine Besichtigung. Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Mein Name ist Markus Gerber. Mein Name ist Markus Gerber. Ich bin Markus Gerber.